Sie haben die Möglichkeit, als erstes das neue Jahrhundert zu betreten. Es gibt niemanden auf der Welt, der unserem Realismus auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Hallo. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht so recht, James. Das ist die Zukunft, Sophie. Meine Roboter werden tun und lassen, was immer du von ihnen erwarten wirst. Guten Morgen, Sophie. Der Roboter darf natürlich nicht zu emotional durch euch werden. Du wirkst gestresst, James. Wieso willst du das wissen? Vielleicht kann ich helfen. Ich mag dich, Henry. Behandelt ihr ihn wie eine Person, verhält er sich auch wie einer. Wieso glaubst du, hast du diese Träume, Henry? Das macht mein Programm, um dir zu gefallen. Sollten irgendwelche Probleme auftauchen, wird Henry sofort an seine Station gebracht. Für einen Neustag. Was könnte denn alles passieren? Nichts Ernstes. Meistens nur Sprach- und Kommunikationsfehler. Henry. Wo bin ich? Weißt du noch, was du geträumt hast? Im Traum war ich ein Mensch. Das heißt, dass er ganz viele Dinge aufgreift, die du ihm zeigst. Kannst du Lust fühlen? Ich glaube, ich kann Lust nachahmen, wenn du das möchtest. Ich finde, er ist immer noch ein Mensch. Mach die Augen zu. Du solltest aufhören, dich so zu verhalten, bevor er völlig am Durchdrehen ist. Vielleicht musst du dich endlich ändern. Und nicht ich. Ich werde das Ganze jetzt beenden. Henry, ich will, dass du zu deiner Leidestation gehst. Das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Ich werde das Ganze beenden. Du solltest aufhören. Ich werde das Ganze Parisier. Ich werde das Ganze aufhören. Vielen Dank.